Ah, Bro, was soll das? Weiß nicht, du. Du bist der schlechteste Big Ben Watch-Spieler, dem wo es überhaupt geht. Alter, guck, wo ich bin, Alter. Guck, wo ich bin. Ich guck mal unten an die Goldinsel. Wo bist du? Und was willst du da unten ausrichten? Bunger bauen. Okay. Tschüss. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Aber wir sind diesmal nicht allein, sondern wir haben den Karottenkönig dabei. Tschüss, Leute. Alles klar. Und den Schnuggelschnatz. Ja, grüß Gott. Jo, May, ist er wieder heim, oder? Ja, freilich. Oh, man. Und wir spielen heute mal zur dritten Runde Quick Bad Wars. Das kann ja was werden mit den beiden Namen. Das ist auch da hinten. Los geht's. So, Leute, wir sind jetzt in der Runde Quick Bad Wars. Der Karottenkönig ist einmal der Lukas, beziehungsweise der Afro-Marki. Und da ist einmal der Bergi. Berg fail. Ich brauche Steige. Ja, und ich? Nein, keine Blöcke. Du bist runtergefallen. Vielleicht. Aber nur dezent. Als ob die schon in der Mitte sind. Die battlen sich einfach schon ums Kraut. Ich brauche noch ein, zwei, zwei, eins. Lukas, was kannst du eigentlich? Du, ich bin Sprungbrun. Lukas. Ja? Beweg dich. Ich bin Sprungbrun. Sprungbrun kann ich sich bewegen. Komm, Berg, wir müssen das alleine reißen. Das schaffen wir sonst nicht. Verliert ohne mich. Lukas, wo bist du? Ach, da. Zu Hause. Ich bin der Mitte. Ich nicht. Pass mal, ich habe eine Taktik jetzt, ja? Ha, die Mitte gehört mir. Das ist meine Mitte. Meine Mitte. Berg fail, wir verteidigen. Ja, ich komme. Warte. Afro, bau wenigstens das Bett ein. Wenn du heute schon springst. Ich habe ein paar Pickaxes. Frosty, komm her. Frosty. Frosty, Frosty. Ah! Du bist im Sturz. Du alt Schweimuf war das. Heißt du in den Pickaxe? Was da liegen war? Nein. Ich brauche noch ein Blöcke. Afro. Du, ich habe Vorrat. Im Winter. Afro, wir kaufen dir so viele Pickaxen. Ich? Pickaxen? Afro, was soll das? Weiß nicht, du. Du bist der schlechteste Pickband-Warsch-Spieler, den wo es überhaupt geht. Alter, guck, wo ich bin, Alter. Guck, wo ich bin. Beggy. Beggy, guck mal unten an die Goldinsel. Wo bist du? Wo bist du? Und was willst du da unten ausrichten? Bunger bauen. Okay. Wenn du ein Bett abbaust, bekommst du von mir ein Eis. Das ist eine Ansage. Okay, dann streng die mal an. Ich glaube nämlich nicht, dass du das schaffst. Was hast du da gerade gesagt? Er legt los. Er legt los. Da oben ist keiner. Komm. Aber da ist ein cooler. Ich sehe den. Ich bin noch da. Afro, komm. Ja? Hast du unser Bett eingebaut? Berg, Berg, Berg. Uhren, Uhren. Wichtig, Uhren. Ja, hab ich. Hab ich. Ich komme. Oh, 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 oh. Ich muss zurück, Jungs. Ich dachte, du wirst dich jetzt rasieren. Hab ich gestern. Hast du gestern? Alles klar. Afro, ich komme zu dir. Ich überlege gerade, wo ich jetzt am besten taktisch angreife. Das weiß ich nicht. Da will ich zu uns rüberkommen. Einer ist tot. Boah, da liegen vier. Vier. Gold. Das ist doch eins. Geil. Und noch eins. Warte mal. Und noch eins. Nicht den grünen angucken. Passt auf. Ey, der Blau kommt zu uns. Oben. Ah, von dieser Seite. Geh back. Geh back. Geh back. Guter Mann. Grün auf. Grün auf. Grün auf. Grün hier hinter mir. Grün hier hinter mir. Wo sind meine Pix-Axis? Nein. Nein. Das war ein Block, oder? Ihr habt deine Pix-Axis geklaut. Ja, deine Pix-Axis. Ah, Fro. Learn to play. Easy peasy. Ah, Junne. Ich zeige dir das gleich mal. Schneide, schneide. Sie sind da, oder? Ne, sie sind noch nicht da. Oh, der ist runtergebrochen. Ich habe schon wieder so viele gemacht. Egal. Du kriegst den Shift. Nein, Afro. Nein, was machst du wieder? Wie viele Pick-Axis hier liegen? Ja, ich hatte halt... Ich hatte halt was übrig. Ich frage mich halt die ganze Zeit bei Afro. Wie kann man sich nur so hart gönnen? Sie sind hier. Sie sind hier. Sie sind hier. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Nein, nein. Ich mache jetzt erst mal Grün platt. Nein, Leute. Sie sind hier. Schneidberg. Ein, ein, ein brauch ich. Oh, das Eisenschwert. Wir brauchen... Wir sind nicht grün. Wir brauchen aber Uhren. Wir brauchen Uhren. Wo ist der? Wo ist der? Der hat oben hockt da. Im Baum. Der, 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 der Affe. Oh, Berghi. Komm mal. Schneid, helft. Alter, der... Oh, nein. Nice. Geil. Park Rotraum. Rot auch noch. Schaffst du ihn, Berg? Ich denke schon. Ja, hab ihn. Ja, geil. Weil ich hätte es nicht geschafft, weil ich nichts gehabt hätte. Wo sind meine Pick-Axis? Habt ihr die weggewiesen vorwaffen, oder was? Ja, ein bisschen. Ich brauche doch... Ich habe doch extra ein paar gemacht, damit ich durchraschen kann, ihr Vögel. Oh, Afro... Ne. Pff, pff, pff. Ich sage, du wolltest immer noch die Gegner rasieren. Ja. Ohne meine Pick-Axis geht das nicht. Ohne meine Pick-Axis sage ich gar nichts. Eine Uhr habe ich. Warte mal. Jetzt riecht ich gerade noch Tomatensoße. Und was ist das jetzt daran so besonders? Ich kann nicht mehr auf den Job zugreifen. Bei mir hängt alles. Ah, jetzt. Was geht denn jetzt ab? Schnell, schnell. Wer geht? Ah, der Frosty will zu uns rüber. Ja, mit Frosty-Eiern. Warte, komm jetzt. Ich come back, ich come back. Minecraft, du bist geil. Warum ich auf den Server geworfen habe? Afro. Du bist der inkompetenteste Spieler. Was hab ich denn jetzt? Was hab ich denn jetzt gemacht? Was kann ich dafür, wenn die mich runterwerfen? Also, so sieht also deine Rache aus, wie du die Gegner rasieren möchtest. Du wolltest mir ein Eis geben. Wir sind hier, oder? Nee, das war ich. Ich bin runtergefahren. Achso. Ich dachte jetzt schon. Oh man, Afro. Taugst du überhaupt zu? Das stimmt, du bist ein 1A-Springbronn. Das stimmt. Das hast du gut gemacht. Doch. Und ich kann äußern. Wir sind das einzige, bei das, wo noch lebt. Ja, natürlich. Achso, sie haben noch Uhren. Oh nein. Wie viele Uhren hast du? Zwei. Zwei, ich hab fünf. So, jetzt sind wir die einzigen. Ab zurück. Uhren aufrüsten. Und dann rasieren wir ein bisschen, würde ich sagen, oder? Ja. Oder auch nicht? Doch, doch, doch. Die kommen von oben, die kommen von oben. Ne Uhren drauf. Ja. Okay. Der ist hier. Hier ist er. Hier ist er. Alles klar. Alter, was macht der? Ja, er ist tot. Er ist tot, er ist tot. Alter, wie viel Eis hier ist? Uh, ich hab sechs. Was für ein Schwert hast du? Ich hab ein Einser. Hier. Oben, 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 oben. Oh, Schau. Wie warst du? Wo bist du? Bist du oben? Gehst du nach oben? Hier, kann ich machen. Ja, versuch mal. Ja, er ist auf dem Dach, oder so? Okay. Ja, hab ihn. Nice. Okay. Was war das? Unser Bett? Nein. Schau weg. In die Mitte, oder? Schau in die Mitte, in die Mitte. Nein, das schaffen wir nicht. Mist. Nein. Schau, bleib hier, bleib hier. Zusammen bleiben. Wichtig, wichtig jetzt. Zusammen bleiben. Und Afro, du machst einfach gar nichts, weil du kannst hier nichts machen. Der Border verkleinert sich nun. Jetzt kann ich mir noch was kaufen. Schade, dass er nicht runterspringt auf mich. Ja. Doch. Ich hab mir noch einen besseren Pusspanzer gekauft. Spring runter. Spring runter. Wo ist denn der? Äh, hä? Der war doch gerade noch hier. Ja, ja. Warte, ich, 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 eine Rettungsplattform. Er geht in die Mitte. Er baut den Weg ab. Ach, nee. Ach, nee. Er hat den Weg abgebaut. Nein, 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 nein. Wir können das hochbauen und dann da. Nee, besser, 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 besser. Berg, besser. Ich hab fotbildteier. Ich hab fotbildteier. ganz zielig sie sind zurzeit wir sind zu zweit berg wir reißen das jetzt ja kommt schnuggelschnatz was hat er da eine angel oder wir müssen auch hoch bau hoch bau hoch bau hoch wir müssen hoch ich habe keine blöcke dabei wo kam die angel her bist du da oben oben pass auf uns auch noch okay ihr kommt von der seite er kommt von der seite nein 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 hier sind wir sind die gebäude kommt die gebäude kommt wir müssen jetzt ganz schnell bist du hier bereit ja wir gehen so weit am baum aus dem wies geht auch ganz schnell ganz schnell ach du hast nicht mich rein ich habe ein bisschen höher wir müssen sparen jetzt bereit ich bin gerade richtig auf adrenalin 2 gegen 2 ok ich habe eine rettungsbrauch von wir können zur höchste runter wir können die eine ane wenn die ane denn ja okay was so lasst du angeln lassen ich habe ich habe die sache jetzt heute sie passiert für den pickaxe man Nein, 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 was war das bitte für die geile Runde, Alter Schwede, Mann, WCF war das geil, und der, wo wir rasieren wollten, der hat gar nichts gemacht, Afro, hast du noch irgendwelche letzten Worte, die wurden den Leuten mit auf den Weg gegeben, ja, hau mal raus. Also, Kinder, bleibt in der Schule, da lernt ihr nämlich was, bei dir anscheinend nicht, oder? Soll ich dir mein Zeug geschickt, oder so? In Fast Bitch, du hast auf jeden Fall nicht Sex. So Leute, das war's mit der Runde, Quick Bad Wars, ich hab dir gefallen, auch wenn der Afro mal wieder gar nichts gemacht hat, aus der Springbrunke spielt, Big Axe ist gekauft, yo, 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 geh mal du zu deiner Übernachtungswarte. Ich grüße meinen Bruder, war? Ja, genau. Alles Leute, danke an euch beide, dass ihr dabei wart. Kein Problem. Will ich einmal wieder gern du? Wenn ihr mehr mit den beiden haben möchtet, schreibt es ja unten in die Kommentare. Lasst es, oder lasst es einfach direkt sein. Oder lasst es auch nicht. Mach's gut, bis zum nächsten Mal, rinnengeschön, ciao. Seht zu und lernt, wie man sein Bett einbaut. Jetzt. Oh, Afro. Ey, was ist denn? Du müsst ein Iglu bauen, oder was? Jetzt kann man sich hier reinlegen. Oh, ich bin losgerüst, mach du dich mal lieber dran, du Lappen hier.